30 Minuten, die Möglichkeit für Marco Diuricin. Das nächste wichtige Tor für seinen Klub gegen den WRC Sorsil. 1-0 Austria! Souverän, Soman! Souverän, absolut souverän. Das ist genau das, was du als Austria brauchst. Bis jetzt sei eigentlich nicht gefährlich und dann mit der ersten Aktion gehst du in Führung. Und 250 Teile waren Austria-Fans, ja hier, die sich jetzt auch lautstark bemerkbar machen. Marco Diuricin am Donnerstag, der zweifache Torschütze und heute hier erneut erfolgreich. Ja, es war ein Sandwich, vielleicht war es auch Lochoschvili. Es ist mit Sicherheit keine Fehlentscheidung, Stichwort Videoschützrichter, weil es ist heute das letzte Spiel in der österreichischen Bundesliga, das ohne Videoschützrichter ausgetragen wird. Und der hätte hier auch nicht eingegriffen. Weil eben, Zeigl hier ganz einfach diesen Versuch unternimmt, in den Strafraum zu gehen und die beiden Georgier von irgendwie auf